Ein herzlicher Gruß aus der Sankt Antoniuskirche in Osnabrück-Foxtrup heute zum Sonntag. Das Evangelium des heutigen Sonntages ist, wie ich finde, ein sehr hartes Evangelium. Wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt, mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Ganz harte Worte. Und da gibt es einen kleinen Satz, der mich bewegt und der mich erfreut an dieser Botschaft. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Wenn wir also handeln im Sinne Jesu Christi und wenn wir damit ein Beispiel geben können, und wenn man uns deswegen aufnimmt und die Begegnung mit uns sucht, dann nimmt man Christus auf, weil wir durch diese Tat Christusträgerinnen und Christusträger sind. Ich wünsche uns, dass wir solche Trägerinnen und Träger werden. Trägerinnen und Träger der Botschaft und des Tuns Jesu Christi. Seien wir dazu gesegnet im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Einen gesegneten und schönen Sonntag. Jesus Christus Scholars. políticas Schalter